Und wir gehen ins Live-Line-Video rein. Wie schon gesagt, ich habe gestern versucht, es anzufangen, aber habe es dann abgebrochen, das Video. Wir gucken uns jetzt zusammen. Nochmal große Trigger-Warnung für Leute, die sowas hier abkönnen. Es geht halt um den Tod von einem YouTuber und ich habe die Videos gerne geguckt. Ich habe die auch sehr viel privat geguckt und so und stuff. Ich habe sie damals entdeckt, als sie mit ihrer Bahne, weil sie zuerst mal geflogen sind. Das waren echt krasse Videos, das waren echt motivierende Jungs, muss ich sagen. Und wir gucken jetzt rein, was genau passiert ist. Nochmal zur Vorimpfung. Das sind zwei Zwillinge und einer von den beiden ist jetzt an Krebs verstorben. Und das ist jetzt quasi sein Video zu der ganzen Thematik. So, und das sind jetzt wahrscheinlich alles Freunde. Also das ist sein Schillingsbruder. Das ist jemand, der auch sehr oft mit den Videos dabei ist. Das sind alles Freunde, die man schon mal in Videos gesehen hat. Die waren alle mal irgendwie mit dabei. Genau, und der Philipp, der verstorben ist, ist auch sehr religiös am Ende geworden, beziehungsweise vor ein paar Jahren schon. Weil er hatte schon das öftere Mal Krebs. Und wir gucken jetzt rein. Ähm, ja. Es sind jetzt in letzter Zeit sehr wenig Videos nur noch von Philipp gekommen. Und vielleicht habt ihr das Update auf Instagram gesehen, das wir gemacht hatten. Da habt ihr ja mitgekriegt, dass es schon stark geblutet hatte bei ihm. Und er ist dann ins Krankenhaus gekommen. Und heute ist er auch ins Krankenhaus gebracht worden, weil ein Gefäß aufgegangen ist und er sehr viel Blut verloren hat. Und ja, wir wollen jetzt das Video einfach machen. Wir haben gehofft, wir müssen das Video nie machen. Aber ja, Philipp hat jetzt im Krankenhaus nochmal eine starke Blutung bekommen und ist dann gestern von uns gegangen. Genau, also Philipp wollte auch, dass wir möglichst unzensiert, wie es auch nur geht, alles widerspiegeln werden. Und zwar, die letzten Tage hatte er schon super viele Schmerzen gehabt und hat auch gesagt, eigentlich macht ihm super viel gar nichts mehr Spaß. Also klar, er freut sich, wenn die Sonne scheint und so, aber allein selbst zu liegen, zu laufen, zu stehen, es tut alles weh. Und er meinte auch, er ist super krass im Frieden mit auch zu gehen. Und er hat sich bedankt für alle Gebete und alle Gedanken, die bei ihm sind. Und auch alle seine Freunde, er hat gesagt, es sind wie Engel, die ihm geschenkt wurden in seinem Leben. Ähm, genau. Ja, ich fand's echt schön, die letzten Wochen gerade hat er einfach nochmal, also gerade die letzte Woche jetzt, hat er irgendwie nochmal so einen richtig krassen Frieden gekriegt, so wie ihr ihn immer aus dem Nidus kennt. Es gab auch Momente, wo er das nicht so hatte, aber jetzt gerade die letzte Zeit und ganz besonders jetzt am letzten Tag hat er wirklich auch, während er gestorben ist, hat er gesagt, es ist alles okay, er hat seinen Frieden damit. Wir sollen jetzt auch nicht versuchen, noch irgendwas zu machen. Es war auch so, dass man gar nichts mehr machen konnte. Wir haben es vorher alles mit den Ärzten durchgesprochen gehabt. Und er hat gesagt, er freut sich auf Jesus, er weiß, wo er hinkommt. Und ja, ihr habt ja vielleicht mitgekriegt in der Story, die wir gepostet hatten, dass der Philipp sehr viel Blut verloren hat. Also es war so, dass ich morgens mit ihm gefrühstückt habe. Und auf einmal hat man halt gesehen an der Seite von seinem Verband, dass da Blut rausgekommen ist. Und auch in der Nacht vorher schon, da ist immer sehr viel Flüssigkeit irgendwie durchgekommen, aber dass da halt Blut dabei war. Ja, dann haben wir auch wirklich ganz ruhig gesagt, ja, was wir halt jetzt machen sollen. Wir haben uns das zusammen überlegt und haben gesagt, ja, ich denke schon, dass wir machen werden, was man machen kann, dass wir jetzt nochmal einen Krankenwagen holen. Boah, ich finde es einfach heftig, muss ich sagen. Und es ist dann aber wirklich, also sehr viel rausgekommen und ja, dann sind die aber wirklich noch rechtzeitig gekommen und haben ihn mitgenommen. Und dann war es, also ich fand es überhaupt schon krass, weil die Situation war wirklich stressig und ich habe gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass ich mich jetzt auch nicht richtig verabschieden konnte. Und wir dachten eigentlich, als er schon abgeholt wurde vom Krankenwagen, dass wir ihn nie mehr wiedersehen werden. Er hat zwei Liter Blut verloren und wir dachten uns, das überlebt kein Mensch, kein Mensch, der so eine riesen Wunde auf der Brust hat. Das ist krass, zwei Liter ist viel. Ich dachte eigentlich, dass man nach einem Liter Blutverlust ohnmächtig wird, weil man zu wenig Blut im Körper hat. Hatte ich mal irgendwo gehört, aber kann auch gerade Bullshit sein. Wir sind im Krankenwagen hergefallen und konnten dann auch ins Krankenhaus rein, was ich auch mega cool fand, auch nochmal ein Dankeschön an das Krankenhaus, dass sie da wirklich auch so gut einfach mit uns umgegangen sind. Dann hat es, also von sich aus, hat es wieder aufgehört zu bluten. Sie haben irgendwie so ein Blutgerinnungsmittel oder so gegeben. Aber der Arzt hat dann direkt gesagt, dass es also jederzeit wieder aufgehen kann und dass es auch sehr wahrscheinlich ist. Und ja, ich glaube, das war auch wirklich das, wo wir gedacht haben, dass es eigentlich von allen Arten jetzt zu sterben durch so einen Tumor eigentlich das Beste ist. Weil beim Blutverlust hast du... Also er hat wirklich auch in der Situation das erste Mal, als er das Blut verloren hat, hat er gesagt, er hat keine Schmerzen. Er fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch, aber er hat keine Schmerzen. Ja, wir hatten das auch vorher mit ihm besprochen und es ist wirklich genau so passiert, wie er sich das im Ideal gewünscht hätte. Er hat uns vorher noch eine kleine Nachricht geschrieben, indem er gesagt hat... Der Pfleger hat gerade gefragt, ob ihr wegen mir da wart und war sehr, sehr berührt. Der konnte gar nicht aufhören zu sagen, wie schön das war und wie stark und besonders das von euch war. Ich bin echt so froh, solche Freunde haben zu können. Ihr seid einfach auch echt was ganz Besonderes. Ich bin so froh, euch zu haben und dass ihr mich hier so unterstützt. Er hat gesagt, wie dankbar er ist für die Freunde, die er hat, dass wir für ihn singen, dass wir immer bei ihm sind, egal in welcher Situation, dass wir die ganze Zeit 24-7 bei ihm waren. Und drei, vier Minuten danach kam halt die Nachricht, dass es wieder genauso stark anfängt zu bluten wie den Tag davor und ich glaube, da wussten wir alle ziemlich schnell, dass es jetzt sehr ernst ist und dass wir kommen sollen. Er wusste auch einfach drei, vier Minuten vorher schon, dass es passieren wird, wollte unbedingt, dass Johannes da ist bei ihm und dass wir alle da sind und wir sind alle sofort los. Ich glaube, innerhalb von 15 Minuten waren wir alle da bei ihm und haben uns alle an sein Bett gesetzt, genauso wie er sich das gewünscht hatte vorher auch. Und wir haben ihm alle nochmal gesagt, was für ein toller Mensch er ist, wie viel er uns gegeben hat in seinem Leben, wie viel er verändert hat in der Welt und wie viel im Herzen er einfach verändert hat durch sein Glauben und wie viele Leute er überhaupt dazu gebracht hat. Und wir haben für ihn gebetet, haben für ihn gesungen und genau erst dann halt einfach irgendwann hat er aufgehört zu atmen und hatte wirklich gar keine Schmerzen und deswegen konnten wir uns so auch sehr gut von ihm verabschieden. Das ist zwar alles irgendwie sehr, sehr traurig, natürlich, aber auch irgendwie in der Situation dann auch, weil man ja wusste, was passieren wird, irgendwie auch dann, das klingt vielleicht wack, das sozusagen, aber in der Situation irgendwie schön, dass es dann genauso ist, wie er sich gewünscht hat. Klar ist es nicht schön, das ganze Thema, aber in der Situation ist es für ihn, glaube ich, schön, dass er halt so quasi den Frieden so gefunden hat und dass quasi das Ende so war, wie er sich vorgestellt hat. Ein Problem, wo man sich echt gewünscht hätte, dass Gott ihn heilt und ihn wieder gesund macht, was trotzdem von all den Möglichkeiten, die man sich durchdenken kann, wie man von der Erde geht, glaube ich, so mit die Allerschönste, zwischen den Freunden und Familie, so Hand in Hand, mit Liedern singen, mit Beten und nochmal mit Zuspruch und jeder hat nochmal die Möglichkeit, ihm nochmal was Positives zu sagen und er hat also wirklich einen Lächeln auf den Lippen gehabt und es war für mich so krass, dass er keine Angst hatte. Also manchmal, wenn er Schmerzen hatte oder Luftnot, dann war da schon mal ein bisschen Panik, aber er war so ruhig, auch als das Blut rausgekommen ist, er hat nochmal ein paar Minuten mit seinem Vater alleine reden können und dann später kamen alle und er hat mit Johannes auch noch so viel Zeit verbracht. Ja, das ist auch das, was wir euch einfach jetzt weitergeben wollen, weil der Philipp bestimmt nicht gewollt hat und klar sind wir traurig, aber dass wir jetzt einfach in so einer Traurigkeit versinken, sondern dass wir einfach wissen können, wo er ist und dass es ihm jetzt tausendmal besser geht, als es ihm hier gegangen ist. Von daher, ja, ich denke mit dem Lächeln, mit dem er eingeschlafen ist, das wünscht er sich eigentlich für uns alle, dass wir das auch wieder spenden können. Und ein großer Traum von Philipp ist in Erfüllung gegangen und zwar hat sich Erik bald darauf, so zwei Stunden später etwa taufen lassen und es war auch, also wirklich in all dem Leid, so eine große Freude. Und da taufe ich dich mit Julius zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf deine Bekenntnisse hin. Amen. Aber darf ich dann halt sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich möchte einfach nur mal sagen, also all die Zeit, die ich mit Philipp belebt habe, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diesen Philipp kennenlernen durfte. Und ganz ehrlich, nach so einer Story nicht an Gott zu glauben, ist für mich eigentlich nicht erklärbar. Die letzten 48 Stunden davor waren eigentlich viel zu gut, also dafür, dass es so schlecht gelaufen ist, es ist so viel zu gut gelaufen. Wir hatten die Chance, uns von Philipp zu verabschieden, uns nochmal bei ihm zu sein. Das ist das Schönste, dass sie das so denken. Und da in Frieden auseinander zu gehen, das ist wirklich ein Segen. Ich bin Gott dafür unglaublich dankbar, dass es so gelaufen ist. Und es war auch super schön, dass wir ausgerechnet gestern an dem Tag noch für ihn gesungen haben als Freunde, weil wir kurz überlegt hatten, das vielleicht doch auf abends zu verschieben. Und es ist einfach nur so schön, dass wir das doch noch mittags gemacht haben und er das alles mitbekommen hat und sich so sehr darüber gefreut hat. Das ist schön, das ist schön. Ich glaube, Philipp wird auf jeden Fall ein riesiges, riesiges Loch bei uns im Leben hinterlassen. Er hinterlässt nicht nur ein Loch, sondern er hinterlässt ja auch so viel Positives, was er in jedem von uns bewirkt hat, in jedem von uns angefacht hat. Einfach dieser Hunger nach Leben und dieses Auskosten von Leben. Und das wird auf ewig eine Inspiration sein für uns, die wir niemals vergessen und die auf jeden Fall weiterlebt. Und ganz viel, was er in jedem von uns und auch in jedem, der die Videos gesehen hat, gesät hat, was jetzt weiterleben darf und wirklich ganz, ganz viele Früchte mit sich bringt. Und ich würde sich Philipp auf jeden Fall freuen wird, wenn er von oben zuschaut. Ja, ich glaube, er war auch eigentlich so der Erste, der in der Freundesgruppe angefangen hat zu glauben. Und er hat uns alle so krass durchgetragen, obwohl er derjenige sein sollte, der so viele Schmerzen hatte und so viele Zweifel hätte haben können. Und er hat uns alle... Oh, ich muss Pause machen. Oh, scheiße. Boah, das ist... Also, ich weiß halt nicht, was ich sagen soll, als ich wusste, dass es irgendwie so eine Reaktion bei mir geben wird. Aber es ist halt so... Es ist einfach krass, es ist einfach krass. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Chat. Es tut mir leid. Ich wollte das Video durchgucken. Ja. Alle auf den Weg gebracht, den wir mega schätzen und den wir so hoffentlich auch weiterführen werden. Ja, seine Mutter hatte noch diesen schönen Vers von dem Samenkorn, das in die Erde fällt und da stirbt, aber nicht ohne Frucht bleibt, auf dem Herzen gehabt. Und meinte, das ist so krass, auch wenn dieses Samenkorn stirbt, es kommt so viel Frucht raus und so viele Menschen, die davon gesegnet sind. Das glaube ich bei ihm richtig doll. Ich glaube bei ihm richtig doll, dass er durch seine sehr, sehr, sehr positiven... Dass er durch seinen sehr, sehr positiven Einfluss... Also, ne, er war ein sehr positiver Mensch. Er hat sehr oft gesagt, ey, ist das alles scheiße gerade, aber trotzdem will ich halt versuchen, weiter positiv zu bleiben. Ähm, ich, ne, also, er hat ja quasi, ist ja quasi mit einem Lächeln quasi, so wie ich es gerade verstehe, halbwegs gestorben. So, er war am Ende glücklich, hat sein Frieden gefunden. Und ich glaube, dass auch durch natürlich die Öffentlichkeit, dass es so viele Millionen von Menschen ja auch mitbekommen haben quasi, ähm, dass es auf jeden Fall, äh, Früchte trägt, dass es auf jeden Fall, äh, ja, eine sehr fruchtbare Saat ist. Ja, und da wollen wir euch auch einfach nochmal ein Riesendankeschön sagen, gerade an alle, die, äh, mitgebetet haben. Ich glaube auch in der Nacht, wirklich, als ich jetzt, äh, da geschlafen habe, ähm, hat es 100% einen Riesenunterschied gemacht. Und er hat da auch dann einfach wirklich voll die Ruhe gefunden. Und, ja, auch für die ganzen, äh, netten Kommentare und Zuschriften und alles, äh, was wir jetzt bekommen haben. Tut es leid, dass wir da nicht auf alles, äh, drauf eingehen können. Und, ja, ich glaube auch, dass es nicht so viel Sinn macht, wenn ihr uns jetzt, ähm, viele Bekundungen oder so schickt, weil wir können es wirklich nicht alles lesen. Ja, aber wir sind trotzdem einfach für jeden dankbar, der betet und den in Erinnerung behält. Und ich glaube, wenn einer durch Philipps Worte oder Videos näher zu Gott gefunden hat, würde Philipp jetzt hier sagen, dafür hat sich alles gelohnt, alles, was er durchgemacht hat. Ja, und gerade auch für die Leute, die in ähnlichen Situationen sind, ich denke, wenn einer wirklich mit diesem gleichen Frieden, mit dem gleichen Lächeln auf den Kopf einschlafen kann, so dann wäre es im selben Sinn zu sagen, wirklich, dann hat es sich 100 Prozent alles gelohnt. Und ich glaube, da gibt es so viele davon, die jetzt, äh, einfach diese Hoffnung finden konnten, auch dadurch. Selbst die Leute im Krankenhaus haben gesagt, sie haben sowas noch nie gesehen. Die größten Pastoren, die es gibt, die gehen teilweise nicht so, wie Philipp gegangen ist, in diesem starken Glauben bis zur letzten Sekunde, wirklich. War auf jeden Fall krass. Philipps Wunsch war es, dass, ähm, zwei Filmemacher ihn jetzt die ganze Zeit begleitet haben, wirklich das ganze, fast das ganze letzte halbe Jahr waren die jetzt dabei. Okay, krass, was kommt da auf uns zu? Ähm, auch jetzt in der ganzen Zeit, wo nicht so viele Updates von ihnen gekommen sind. Und jetzt bis in der letzten Minute, ähm, ja, was auch sein will, also er hat da auch sogar noch mal gesagt, dass er nichts dagegen hat, dass sie, äh, dass sie filmen, dass sie das alles dokumentieren. Und da kommt jetzt in der nächsten Zeit eine Doku raus, ich weiß noch nicht genau wann, aber ihr könnt das ganze Projekt jetzt schon gerne unterstützen. Die, äh, beiden sind mega gute Freunde von uns geworden. Alex, komm nochmal kurz rein und zeig dich. Und, äh, Shoutout zu Lukas, der Spieler, der muss sein. Aber ja, wenn ihr das unterstützen wollt, ähm, könnt ihr da gerne bei dem Crowdfunding vorbeischauen. Und wo ihr auch gerne für beten könnt, ist die Beerdigung. Ähm, ich denke, dass da ja bestimmt möglichst viele von euch auch irgendwie dabei sein wollen. Wir überlegen, ob wir da einen Livestream machen oder ein Video. Ähm, ja, das kündigen wir dann auf jeden Fall auf Instagram an. Boah. Krasses Video. Ich hatte echt sehr viel Hoffnung bei dem, weil Philipp hat ja, glaube ich, auf jeden Fall einmal schon den Krebs quasi besiegt gehabt. Das, er hatte ja 2008, vor acht Jahren, glaube ich, hatte er, ähm, Ähm, hat er, glaube ich, das erste Mal, äh, Krebs hieragnostiziert bekommen. Hat ihn, glaube ich, zweimal besiegt. Oder halt so, sodass auf jeden Fall man nichts mehr erkennen kann im Körper. Aber Krebs ist halt richtig beschissen. Ähm. Und kommt halt oft wieder, ist die Scheiße. Ähm, leider. Selbst wenn man im Glauben ist, man hat ihn besiegt. Ähm. Ähm, ja. Ich kannte ihn jetzt nicht persönlich. Ich kannte ihn halt nur in den Videos. Aber er war auf jeden Fall schon von seiner Lebensphilosophie her, kann man schon sagen, dass er ein Vorbild war, auf jeden Fall. Auch allein, so, ich bin jetzt nicht die Person, die so doll an Gott glaubt. So, bin ich jetzt nicht. Aber einfach von der Philosophie, dass er immer glücklich war, dass er immer gesagt hat, ey, ich will einfach das Positive immer sehen, das macht keinen Sinn, so traurig zu sein, ist halt schon vorbildmäßig, so, das kann man sagen. Ähm. Ja. Und was halte ich für einen Beerdigungs-Livestream? Ey, so, wie sie wollen. Das Ding ist, Philipp wollte alles sehr dokumentiert haben. Er möchte ja total, dass es halt in die Öffentlichkeit getragen wird. Das war ja sein Wunsch. Ach, weiß ich nicht. Ich fände ein Video vielleicht angemessener, da kann man vielleicht die eine oder andere Reaktion vielleicht von einer Mutter oder von einem Vater, der das vielleicht nicht möchte, vielleicht noch raustun, so, aber, ja. Ich glaube, für die Eltern könnte es vielleicht nicht so cool sein, wenn es ein Livestream wäre. Vielleicht als Video, ja. Aber ja. Oh, ich bin einfach, ja. Ja.